Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Kollege Reinhardt, Sie haben öffentlich in Medien gesagt, Sie wollen einen Untersuchungsausschuss. Sie haben gesagt, der Innensenator hat die Unwahrheit gesagt und muss zurücktreten. Was ist seitdem bei Ihnen passiert? Vielen Dank. Möchten Sie antworten, Herr Reinhardt? Bitte. Ich habe ja eh schon mit einer Zwischenfrage von Ihnen gerechnet, aber können wir auch jetzt gerne so machen. Es ist ja tatsächlich richtig, dass wir hier in der Sache doch hoffentlich eigentlich uns einig sind, dass sich etwas verändern muss im Land Berlin. Und deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir diese Anträge eingebracht haben. Und ich habe mich schon, von das schon etwas schade, dass wir jetzt, anstatt über diese Sache zu reden, uns tatsächlich, und da hat ja die SPD-Fraktion auch zum Teil recht, uns in diesen förmlichen, formalen Fragen jetzt hier bewegen und diskutieren müssen, anstatt uns einfach mal wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf die Abschiebepraxis im Lande Berlin, auf die absoluten Missstände, die hier herrschen und auch über die Probleme in der Ausländerbehörde. Ich finde es auch ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Sie hier, obwohl es in der Sache doch eigentlich Einigkeit herrscht, das jetzt plötzlich so darstellen, als wenn man im Land Berlin bei allen Themen, wenn die einem wichtig sind, nur vorankommt, wenn man einen Untersuchungsausschuss einrichtet. Es ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass die Piratenfraktion geizen würde mit Untersuchungsausschüssen. Wenn ich mich da richtig entsinne, haben wir den Untersuchungsausschuss zum BER maßgeblich mit vorangetrieben, und beim Staatsoperan-Untersuchungsausschuss saßen wir auch letztendlich da und haben den Einsetzungsbeschluss geschrieben. Also es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir da irgendwie ständig kneifen würden. Wenn das so wäre, liebe grüne Fraktion, dann muss ich mich tatsächlich noch mal fragen, warum Sie denn unserem Untersuchungsausschuss im Bereich Lage so und im Bereich... Ja, das ist schön, dass Sie das jetzt hier abstreiten. Die Piratenfraktion hat mehrfach den Vorschlag gemacht, dazu einen Untersuchungsausschuss einzurichten und ihr habt dazu nicht zugestimmt. Das ist sehr schade und genau deswegen gibt es keinen Untersuchungsausschuss in diesem Bereich. Und genau deswegen können wir jetzt nicht in diesem Untersuchungsausschuss in dem Bereich forschen und schon erste Erkenntnisse haben. Und genau deswegen müssen wir uns jetzt auf diesen Wirtschaftsbericht zurückziehen und dort nachlesen, was wir schon längst selbst hätten eigentlich erkunden können. Also es ist schade, dass Sie jetzt genau in dem Bereich plötzlich sagen, da muss es unbedingt sein, während in allen anderen Bereichen das nicht notwendig ist. Also diese Doppelmoral finde ich an der Stelle etwas fragwürdig. Die Piratenfraktion hat sich an der Stelle klar positioniert. Wir wissen, was schiefläuft. Wir wissen, wie wir das ändern wollen, haben dazu Anträge eingebracht. Und wir hoffen natürlich auf die Unterstützung der grünen Fraktion in dem Bereich. Dankeschön.